Kann ich Ihnen noch was bringen? Danke. Ach so, ja. Ich hab hier an meinem Rücken so eine leichte Stelle, die juckt irgendwie und die näst irgendwie so leicht. Die ist so ein bisschen farblich auch. Man muss so ganz einordnen, so ein bisschen gelb-grün. Und wenn man das so drückt, dann wie so eine Pumpe. Ich hatte noch keine Zeit zum Arzt zu gehen bisher. Vielleicht mal irgendwie Zeit, kurz auf die Toilette zu kommen und sich das anzuschauen. Also meine Freundin, denen hab ich das schon gezeigt. Die fanden das alle ganz furchtbar ekelhaft. Wir müssen da zum Arzt gehen. Wir müssen doch immer wieder zum Arzt. Jeden Abend, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, wenn ich mich so ausziehe, dann reiß ich immer das T-Shirt. Das trocknet dann immer so da dran. Und dann reiß ich es. Ja. Alles klar. Es juckt wie die Hölle. Noch was zu essen? Wir sind fertig. Mache ich selbstverständlich. Die Tarnung ist vielmal perfekt. Hier, die Diskette. Was ist denn los? Was ist denn los? Das Leben ist mal wieder hart. Und du sagst, komm, bleib weich. Boo! Dona das Abbreastbuch. Mach 2 Wie funktioniert mit dem anderen Be avanz. всего 5utaモード an. No volta auf sie dieses Buchmann liveuluatb. Und du ruhig. Musik doch nicht.